Isabel Edwards Sohn, mega seltene Liebeserklärung an ihren Mann Das Familienglück scheint perfekt. Momentan genießt sie die gemeinsame Zeit mit ihrem Sprössling und ihrem Schatz. Und genau dem macht sie am Vatertag eine rührende Liebeserklärung. Der Weg mit dir, immer zusammen, immer Hand in Hand. Wir haben jetzt jemanden, dem wir den Weg zeigen können und das ist das Größte und Schönste, was wir je erlebt haben. Und solche Liebesbekundungen sind doch eher selten, denn die gebürtige Schweden hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Trotzdem teilt sie hin und wieder süße Schnappschüsse von ihrem Nachwuchs und schwärmt in höchsten Tönen von ihrem süßen Mekka. Erst kürzlich betonte sie in einem Promi-Flass-Interview, dass sie sich ein Comeback durchaus vorstellen könne Ihre Rückkehr aufs Parkett dabei nur möglich wäre, wenn sie neben dem intensiven Training genug Zeit für ihren Sohn hätte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017